So wird die Mannschaft morgens auf dem Trainingsplatz begrüßt. 1500 Fans sind Schalke 04 nach Österreich gefolgt. Der Erfolg des Teams in der vergangenen Saison hat einen neuen Hype um den Revierclub ausgelöst. Auch Peter Hense hat sich anstecken lassen und ist fast 800 Kilometer gereist, nur um die Schalker trainieren zu sehen. Die Mentalität der Fans ist schon eine eigene. Die geben alles für den Klub. Man sieht es ja hier, 1500 Leute beim Trainingslager. Das ist doch, ja wir sind bekloppt, sage ich immer. Noch vor drei Jahren waren es nur 200 Fans im Sommertrainingslager. Der Fan-Flash-Mob in diesem Jahr überrascht auch die Spieler. Uns überrascht das schon sehr, aber es ist auch gut. Du denkst, du fährst zur Saisonvorbereitung und niemand ist da. Dann sind da plötzlich 1500 Leute. Das ist halt Schalke. Den Fan-Tourismus fördert der FC Schalke 04 bewusst, denn die Anhänger sind das wichtigste Kapital des Klubs. Die Kleinen trainieren im Fußballcamp unter den Augen von Ex-Profi Martin Max. Höhepunkt des Camps natürlich ein Treffen mit den Profis, die ja eigentlich in der wichtigsten Phase der Vorbereitung stecken. Klar, ab und zu würden wir uns ein bisschen mehr Ruhe wünschen. Aber andersherum ist es natürlich auch so, das Stadion bei uns ist immer voll, immer ausverkauft. Und ich glaube, genau das ist das, was wir Fußballer dann auch wollen. Die Rückkehr zum Erfolg unter Trainer Domenico Tedesco hat viele Fans überhaupt erst motiviert, dem Team nach Österreich zu folgen. Läuft es sportlich in der neuen Saison ähnlich gut, dürfte Mittersel bald zu klein werden für die Reisegruppe Schalke 04. Die Reisegruppe Schalke 04. Die Reisegruppe Schalke 04. Die Reisegruppe Schalke 04. Die Reisegruppe Schalke 04.